Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und natürlich wieder für euch in Battle for S.J. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Gold-Tagebuch präsentieren. Und zwar wollen wir uns da angucken, was ich in den letzten zwei Wochen so eingenommen habe, beziehungsweise auch ausgegeben habe. Leider haben wir wieder ein bisschen mehr ausgegeben. Ich habe mir nämlich das letzte Mount gekauft. Ihr seht hier den Allseher von Nialotha. Ich habe mir dann einen Full Mythic Run geholt gehabt für die Achievements und dementsprechend auch fürs Mount. Und da haben wir insgesamt jetzt plus Items, ich glaube siebeneinhalb Millionen ausgegeben. Das haben wir jetzt auch in die Tabelle mit reingebastelt, die ich euch gleich nochmal zeigen werde. Zu dem Ganzen, was ich mir da genau gekauft habe, zeige ich euch in einer anderen Videoserie. Also sprich in meinem Waste of Money, World of Warcraft Edition, da gehe ich da so ein bisschen mehr ein. Hier wollen wir jetzt mehr darauf eingehen, wie viel wir eingenommen haben. Und zwar waren wir letzte Woche bei overall 19 Millionen und den Zeitraum davor bei knappen 35 Millionen. Wir hatten uns ja das Magic Rooster Egg gekauft gehabt für 19 Millionen. Dann jetzt hier für 7,5 Millionen den Nialotha Mythic Run. Heißt, wir sind jetzt sogar mit Main Account im Minus gewesen. Aber natürlich haben wir die Woche auch ein bisschen was eingenommen. Deswegen passt es auch. Dieses Mal habe ich wieder den zweiten Account nicht angetastet. Ich habe ja davor auch schon, was haben wir uns gekauft? Wir hatten ja auch den Spektaltiger uns irgendwo gekauft gehabt. Der müsste eigentlich auch irgendwo drin sein. Warum ist der hier nicht drin? I don't know. Ich glaube das war noch vor der Videoserie, wo wir uns den Spektaltiger gekauft hatten. Egal, auf jeden Fall haben wir bis jetzt mit den ganzen Käufen immer nur das Gold vom Main Account tatsächlich genommen. Und das vom Second Account sind es jetzt mittlerweile 13,5 Millionen. Das haben wir wieder online getastet gelassen. Und ja, jetzt würde ich mal schauen, wie viel wir insgesamt eingenommen haben. Nach dem Kauf minus 7,5 Millionen wären wir ja theoretisch bei 1,6 Millionen im Minus gewesen. Und jetzt habe ich auf dem Main Char wieder, schauen wir rein, eine Million und ein bisschen was. Beziehungsweise auf dem Account 1,1 Millionen auf Antonidos und auf den anderen Servern zusammen 1,2. Da haben wir ja nicht viel insgesamt. Und natürlich wollen wir in dieser Videoserie auch immer ein bisschen gucken, durch was ich mein Gold mache. Ich habe hier auch im Postkasten wieder ein bisschen was. Und zwar haben wir knappe 200k hier drin. Ich verkaufe hier auf Antonidos sowohl Schmiede als auch Leder-Items, diese 400er. Leider, wie ihr seht, die Preise sind nämlich eingebrochen. Vieles ist unter 1.000 Gold. Manches sind nur bei 2.000 mal bei 4.000 Gold. Aber der große Teil ist unter 1.000 Gold tatsächlich. Und da sind die Gewinnsparen sehr, sehr klein, beziehungsweise fast nicht existent. Den einzigen großen Gewinn mache ich tatsächlich mit den Items, die mal ein bisschen ausschlagen. Hier haben wir mal ein Platten-Item für 6.000 Gold verkauft. Aber das ist tatsächlich die Minderheit. Wenn ihr euch zurückerinnert, vor einem Monat, eineinhalb, da habe ich teilweise im Schnitt die Items für 3, 4k verkauft. Da waren Sachen dabei, die teilweise über 10k weggingen für die gleichen Herstellkosten. Und da haben wir ja teilweise in der Woche in 2.000, 7.000, 8.000, teilweise in Millionen Gold rausgeholt. Jetzt sind es halt noch knappe 200.000. Und ja, das ist ein bisschen schade. Aber Antonidas ist leider so ein bisschen tot, was Berufsverkäufe angeht. Und Schneider ist ja tatsächlich noch ein bisschen schlechter als Lederer und Schmied. Aber auf anderen Säuern läuft es tatsächlich noch mal ein gutes Stück besser. Und ja, da werden wir sicher dann noch das eine oder andere Gold reinholen. So, wir haben jetzt alles rausgeholt. Das waren jetzt, ja, ja, gut, fast 250.000. Wie gesagt, das ist nicht reiner Gewinn, das ist Umsatz. Wir haben da ja auch was investiert, deswegen ist es nicht ganz so gut tatsächlich. Aber es ist okay, ja. Dann sind wir jetzt hier beim Main-Account wieder bei 1,5 Millionen. Das tragen wir mal in das Sheet ein. 1,5, ich glaube 4 war es, oder? Am Ende, dass wir jetzt nichts falsch machen. Wir wollen ja genau sein. Dann tragen wir hier noch eine 4 ein. Moment, hier 4. Und was haben wir dann plus gemacht? Immerhin fast 3 Millionen Gold, ne? Sogar 3,1, wenn ich mir jetzt verrechnet habe. Wir wären dann bei 1,6 minus gewesen. Und bei 1,5 sind wir dann plus. Müssten, wenn ich mich nicht verzählt habe, bei knappen 3 Millionen 100.000 im Plus sein. Also was wir verdient haben, werden wir außer Acht lassen, dass wir ja die 750k ausgegeben haben. Durch was habe ich das Gold gemacht? Ihr habt gerade gesehen, 250 knapp oder 240 waren es über Berufe. Und das andere Gold habe ich über verschiedene Boost-Geschichten gemacht. Heißt, ich booste ja 5 Masken Vision Runs. Ich booste verschiedene Mounts. Ich booste unter anderem auch Achievement-Geschichten. Was ich die Woche tatsächlich 2-3 Mal verkauft habe, war die Boralos Arena. Also da gibt es so ein paar Achievements, wo es auch ein Wappenrock, eine Heldentat ist es nicht, ein Wappenrock. 5 Achievements sind es, glaube ich. Und einen Titel gibt es da. Und da habe ich ja noch viele andere Sachen in meinem Repertoire, wo man ein bisschen Gold verdienen kann. Und das ging ganz gut raus. Vor allem über Visions verdiene ich tatsächlich das meiste Gold. Also 5 Masken Vision Runs, da kommt teilweise in der Woche über eine Million Gold rein. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Okay, soviel zum Main-Account. Dann gehen wir jetzt mal auf den Second-Account. Hier merken wir uns, diesmal machen wir nicht den Fehler wieder und hauen die falschen Zahlen rein und merken uns gleich mal die 12.662.000. Die werden wir jetzt auch mal hier irgendwo reinschreiben. 12.662.000, ne? Richtig. Die schreiben wir uns rein. Genau, haben wir uns den richtigen Wert. Und das ist das Gold, was ich im Moment auf meinem Account habe. Vor zwei Wochen hatte ich 13.474.000. Ich kaufe mir zwischendrin auch immer teurere Transmog-Items, wo dann halt hier mal 10.000 rausgehen, da mal 10.000. Also bestimmt gebe ich in der Woche über 100k für Transmog aus. Aber das meiste, was hier weggeht, sind natürlich Kosten, wo ich reinvestiere, sowohl neue Materialien kaufe, als auch, was halt sehr ins Gewicht fällt, Expulsum schaffeln. Und ich habe die Woche, ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe auf dem Account bestimmt 3.000 Expulsum geschaffelt. Ne, 3.000 Expulsum, oder? Ja, 2.000 waren es sicher. 3.000 vielleicht nicht ganz. Aber 2.000, also auf allen Servern zusammen. Wir haben sehr viel Expulsum geschaffen. Und da geht natürlich auch einiges an Gold für raus. So, jetzt checken wir mal den ersten Charm. Und zwar, das ist auf Antonidas, auf meinem zweiten Account, mein Trash-Verkauf-Charm. Ihr seht schon, im Moment hat er alles mögliche an Mist. Und mit dem haben wir jetzt 60.000 hier rausgezogen. Und ihr seht, das ist teilweise Froststoff, Silbererz, irgendwelche Transmog-Sachen. Hier haben wir irgendeine Klinge verkauft für 17.000. Das ist gar nicht schlecht. Da haben wir noch irgendeinen Transmog für 2k verkauft. Also, ihr seht schon, es sind viele Kleinbeträge. Und halt auch mittlere Beträge mal 6.000, 7.000, mal 17.000. Hier, Krollklinge haben wir da verkauft. Ja, da ist schon alles mögliche an Mist dabei. Und alles, was ich auf Antonidas quasi an Items bekomme, schicke ich zu dem Char. Und mit dem haue ich die dann immer wieder ins Aha. Der hat teilweise 1.000, 2.000 Items gleichzeitig im Auktionshaus. Und ich sage euch, es dauert relativ lang. Alles zu reposten. Aber es fällt immer so ein bisschen was ab. Das ist jetzt, ihr müsst rechnen, für 2 Wochen immer wieder Sachen einstellen. Sind jetzt 60.000 nicht viel Gold. Tatsächlich. Ihr müsst auch abziehen die Auktionshausgebühren. Da fällt natürlich auch mal ein bisschen was an. Aber dennoch lohnt sich das. Wenn wir jetzt hier mal reingucken. Ich kann jetzt mal hier so runterfahren, was wir in Items drin haben. Das ist sehr viel Transmog, Gedönse. Und es sind halt auch viele Materialien hier. Da seht ihr, haben wir noch relativ viel Materialienzeug aus allen möglichen Expansions. Und viel Transmogzeug. Dieses Transmogzeug, was ich hier drin habe, ist aber nichts, was ich jetzt aktiv farme, um es zu verkaufen. Sondern ich bin selber in alten Content unterwegs, um halt für meinen eigenen Transmog-Stuff ein bisschen was weiterzubekommen. Und dementsprechend fällt halt das Zeug ab. Und alles, was so ein bisschen was wert ist, haue ich ins AHA. Also ich kann euch das mal zeigen. Ich bin zum Beispiel jetzt hier dran. Das ist ein Add-on, das schimpft sich All of Things. Da kann man schauen, wo man noch Transmog braucht. Und ich bin so ein bisschen jemand, der Sachen vervollständigen will. Und immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, gehe ich halt ein paar alten Instanzen und versuche halt, meinen Transmog fertig zu farmen. Und ab und an fällt halt nebenbei irgendwas ab. Und das schicke ich halt in den Char. Oder auch teilweise auch im aktuellen Content. Kriegst du halt irgendein Item aus BFA, was halt noch was wert ist. Und da kann ich empfehlen, das Add-on TradeSkillMaster und die TradeSkillMaster App. Weil wenn man dann über ein Item drüberfährt, sieht man, okay, hier, okay, das ist so und so viel wert. Das wird sich vielleicht lohnen, zu verkaufen. Gut, bei Materialien ist es eh klar. Aber zum Beispiel bei irgendwelchen Transmog-Items kann man relativ schnell drüberfahren und sehen, ah, okay, das ist jetzt was, was gut was wert ist. Das kann ich jetzt verschicken. Oder das ist ein Item, was halt nichts wert ist. Das haue ich einfach zum Händler weg. Genauso mache ich das zumindest. Gut, dann gucken wir mal in den nächsten Char rein. Und zwar, das ist mein Schneider-Char und das wird eine ganz schön miese Angelegenheit. Und ihr seht, 24k Gold für zwei Wochen, das ist nichts. Und ihr seht schon, die Werte sind halt auch nichts. Auf Antonidas fangt niemals Schneider an. Auf Antonidas, ihr macht damit kein Gold. Das ist ein miese Geschäft im Moment. Die Preise sind Töter oder Toter als Tod. Auch wenn es grammatikalisch falsch ist. Aber da geht leider nichts. Schneider ist nicht zu empfehlen auf Antonidas, so wie eigentlich fast alle Berufe. Aber ich habe zum Glück mich bald aufgestellt und bin auf verschiedenen Servern. Jetzt können wir noch auf meinen Hunter gucken. Mit dem bin ich hauptsächlich Inji-Sachen am Verkaufen. Heißt, da gibt es so Streitkolben, die man verkaufen kann. Als auch, was ich noch am Verkaufen bin, sind diese Flinten. Die gehen auch ganz okay weg. Teilweise haben die auch noch ganz okay Gewinnspannen. Kann man nichts sagen. Wir müssen übrigens dann gucken, ob wir über den Wert drüber kommen, den wir hier hatten. Also was haben wir gesagt? Wir haben fast 800.000 Gold Investitionskosten. Ich weiß nicht, ob wir die reinholen. Das wird eng, würde ich jetzt mal behaupten. 800.000 ist schon viel Investitionskosten. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe Expulsum so viel geschaffelt, dass das für x Wochen reichen müsste. So, jetzt mounten wir hier mal ab. Schauen wir mal, was wir hier im Briefkasten haben. 39.000, das berauscht mich jetzt auch nicht. Also ihr seht, das sind einfach nur ein paar Inji-Waffen. Ich habe mit dem Char auch Juve, auch ausgemaxt. Aber mit Juve kannst du keine 400 Items herstellen, die du verkaufen kannst. Es gibt Ringe, die haben ein Item-Level von, ich meine 310, waren es 315, irgendwie sowas, um den Dreh. Und ganz ehrlich, wer kauft jetzt noch einen Ring, Item-Level 310. Es gibt immer Leute, die das kaufen. Es gibt jetzt bestimmt einen in den Kommentaren, der sagt, ich verkaufe die und ich mache so viel Gewinn. Aber sind wir realistisch, das ist nicht der große Markt und deswegen stelle ich die Dinger nicht her. Das lohnt sich nicht. Gut, ich glaube, für die wird man sogar nicht mehr Expulsum brauchen. Aber dennoch lohnt sich das tatsächlich nicht für mich jetzt. Jetzt gehen wir noch auf meinen Hexenmeister. Der hat Inschriftenkunde und theoretisch Alchi, aber auch Alchi nutze ich nicht, weil dieses tränkige Gamble, weiß ich nicht, da bin ich nicht so ein Freund für. Ich sollte ihn eigentlich mehr nutzen für Transmutationen, vor allem alte. Da kann man immer ja so tägliche Cooldowns ausnutzen. Das würde tatsächlich noch Sinn machen. Ich habe ihn sogar auch mal auf Transmutationseiche umgebastelt. Aber da ich so gebunden bin mit dem ganzen Expulsum-Shuffeln, komme ich da nicht so ganz dazu. Bei ihm verkaufen wir so ein paar Compendien und diese Gefäße. Oh, hier haben wir sogar ein Gefäß für 11.000 verkauft. Keine Ahnung, warum Leute so viel Gold für ein Gefäß ausgeben. Für mich ist es gut. Wir haben 87.000 Gold gemacht. Ist jetzt auch kein krasser Wert, wenn wir uns erinnern. Vor zwei, drei Monaten haben wir teilweise 200.000, 300.000 mit dem gemacht. In der Woche eineinhalb. Jetzt sind wir halt nur noch bei unter 100k. Naja, aber man will nicht motzen. Man merkt halt, es geht am Ende zum Ende vom Add-on zu. Und da wird es halt einfach ein bisschen weniger. Gut, jetzt haben wir auf Antonidas mit dem zweiten Account über 5 Millionen Gold. Das ist doch auch schon mal schick. Wir sind zwar jetzt schon eine ganze Weile an dem Ganzen dran, aber ihr müsst rechnen, das ist nur über Berufe, nur über, ich log kurz ein, stelle das Zeug wieder rein und log weiter. Also das ist jetzt nicht der große Aufwand. Ausgenommen natürlich, wie gesagt, das Expulsum-Shuffeln. Das ist auf jeden Fall ein Zeitfaktor, aber das kann man halt relativ easy nebenbei machen. Und da ich ja zwei Accounts besitze, spiele ich immer auf dem ersten Account und tue auf dem zweiten Account Schaffeln. Da muss ich alle paar Sekunden wieder auf Weiter drücken, wieder zerstören. Also in dem Scrabber, ne? Und dann läuft das eigentlich durch. Genau. Und dann kann man sich dann auch so ein schickes Mount irgendwann leisten, wenn man genug verkauft hat. Aber, wie gesagt, das meiste Gold mache ich tatsächlich im Moment über Boosten. Und das, ja, über die Berufe vom zweiten Account ist so ein bisschen nebenher, die Geschichte. Jetzt machen wir hier mal All the Things wieder zu. Das brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Und dann gucken wir rein. Ich habe bloß immer relativ lange Ladebalken, weil ich hier verschiedene Add-Ons drauf habe, um die ganzen Goldmengen zu tracken. Zum Beispiel All the Things. Das ist halt relativ, ja, ressourcenfressend. Brauche ich halt auf jedem Char aber, dass ich sehe, welche Transmog-Items ich noch brauche. Weil ich kaufe auch mit diesen anderen, auf den anderen Servern quasi Transmog-Items, um sie möglichst günstig zu kriegen. Und ich habe auch Alkoholik drauf, um so ein bisschen diese Goldmengen zu tracken. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Wir haben einmal hier 89.000. Das ist mein VZ und mein Ingi-Char auf Blackmore. Und ihr seht schon, hier haben wir gut was an Expulsum geschaffelt. Der Char hat alleine hier im Inventar das 542 Expulsum. Der zweite Char, wo ich hier habe, 357. Der nächste 332. Also alleine hier auf dem Server haben wir schon gut über 1000 Expulsum. Und die habe ich jetzt alle über die Woche durchgeschaffelt. Also das war schon ein bisschen neck, das kann ich euch sagen. So, dann locken wir um. Und das hier ist quasi jetzt Blackmore. Das ist der zweite Server, wo ich angefangen habe, mit Berufen Gold zu machen. Und auch hier haben wir über 5 Millionen Gold mittlerweile schon. Also Antonidas und Blackmore sind die zwei Server, wo ich als erstes angefangen habe. Erst war es Antonidas. Dann habe ich auf Blackmore quasi meine Berufe erweitert. Und dann vor ein paar Wochen war es dann, bin ich dann auf Ereda und Equin gegangen. Und da muss ich sagen, ich habe so ein bisschen unterschätzt, was das auch an Zeit quasi beansprucht. Immer diese Items wieder rauszunehmen, wieder zu reposten. Im Moment ist es so, dass ich nur einmal am Tag die Items einstelle, was ich eigentlich keinem rate. Aber da ich so viel Zeit auch brauche, um beim zweiten Account dieses Expulsum herzukriegen, komme ich einfach nicht zu mehr, dass ich sie x-mal rausnehme und wieder neu einstelle. Dann würde ich wahrscheinlich auch wesentlich mehr verkaufen, wenn wir ehrlich sind. So, da haben wir jetzt hier Schneider und Inschriftenkunde. Und auch hier haben wir nicht sonderlich viel zu sein. 66.000 ist jetzt auch nicht berauschend. Das Problem an der Geschichte ist halt immer, sobald ihr eure Items einstellt und auf dem vollen Server seid. Und Antonidas und Equin sind sehr volle Server. Und auch Blackmore, wo ich jetzt hier bin, ist ein sehr voller Server. Und ihr überboten werdet, dann verkauft ihr halt nichts mehr. Und wenn ihr dann nicht quasi einen Repost macht, also sprich eure Items rausnimmt, wieder neu einstellt, dann seid ihr halt einfach, ja, habt ihr zwar die Items immer, aha, aber es bringt natürlich nichts. Außer es würde alles rausgekauft werden, aber das ist ja im Normalfall nicht, passiert nur im Normalfall nicht. Dementsprechend müsste man eigentlich in einem regelmäßigen Abstand hergehen und sagen, okay, ich nehme alle Sachen raus und stelle sie wieder neu ein. Das wäre eigentlich das Clevere. Man hat dann zwar klar wieder Kosten zum Einstellen, aber man verkauft halt in einer höheren Frequenz was. Und wenn die Gewinnspanne stimmt, dann macht man halt wesentlich mehr Gold. Jetzt muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen sehr viel Expulsum geschaffelt. Heißt, ich müsste jetzt eigentlich wahrscheinlich ein, zwei Wochen kein Expulsum schaffen und habe dann mehr Zeit, immer wieder die Items komplett rauszunehmen, wieder neu einzustellen. Vielleicht das auch wieder mehrmals am Tag zu machen. Hoffe ich zumindest, dass ich das hinkriege. Und vielleicht ziehen wir dann auch wieder das ein oder andere Gold mehr raus. Was aber natürlich auch ein großer Faktor ist, der Preisverfall an Craft-Items ist natürlich extrem. Also die Items, ihr seht auch hier der Schnitt, viele Einser vor den zwei oder drei Stellen, die wir haben. Im Schnitt die meisten Items gehen für 1000 Gold raus. Es sind mal ein paar Items, die mal für ein bisschen mehr rausgehen. Hier mal für 6000, da mal für 2000. Aber der Großteil ist halt leider für 1000. Das ist jetzt mein Schmiede- und Lederradschar auf Blackmore. Und auch mit dem habe ich vor ein paar Wochen noch 5, teilweise 600.000 rausgezogen. Da sind es jetzt auch nur noch knapp unter 200k. Also das geht natürlich zurück. Da habe ich auch noch hier auf Blackmore, war es richtig gut, da habe ich teilweise 6k Durchschnitt gehabt pro Item. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine andere Geschichte. Ja, ich vermute nicht, dass die Preise nochmal hochgehen werden. Heißt, solltet ihr eine Person sein, die am überlegen ist, okay, gehe ich jetzt komplett neu in den Markt rein, versuche ich jetzt mit diesen Craft-Items Gold zu machen, dann würde ich euch fast davon abraten. Je nachdem, ihr müsst natürlich immer gucken, wie die Preise auf euren Server sind. Wenn die natürlich deutlich höher sind, dann klar, geht in den Markt rein. Aber sollten die nicht deutlich höher sein als bei mir jetzt hier mit 1000 Gold pro Item, dann würde ich euch von abraten. Ihr müsst nämlich immer rechnen, um einen Beruf von 0 auf Max hoch zu skillen, habt ihr halt schon sehr große Investitionskosten. Teilweise für einen Beruf, ja, gut mit 100, 150, manchmal sogar 200k, je nachdem, was die Mattkosten sind, könnt ihr rechnen. Und das müsst ihr halt erstmal wieder reinholen, wenn die Gewinnspannen so niedrig sind. Da muss man sich halt immer überlegen, ob sich das dann rentiert. Wenn man natürlich schon die Chars so weit hingebastelt hat, dann kann man auch mit niedrigeren Gewinnspannen quasi noch ein bisschen was an Gold rausholen. Aber jetzt komplett neu würde ich nicht mehr reingehen. Vor allem das Addon neigt sich ja auch langsam zum Ende. Und da sind vielleicht auch nicht mehr so viele Leute gewillt, jetzt hier die 400 Items für ihre Zwingst zu kaufen. Aber muss man auf den Server gucken. Es gibt bestimmt da draußen Server, wo man über die Berufe noch richtig, richtig viel Gold machen kann. Vor allem, wenn man nicht so viel Konkurrenz hat. So, dann sind wir mit Blackmore auch fertig. Jetzt gehen wir auf Equin und dann habe ich noch Ereda. Sprich, das sind die beiden Server, wo ich ja relativ neu dran bin. Denn die sind gefühlt auch noch ein bisschen besser von den Preisen her tatsächlich. Einfach, weil da nicht so viel Konkurrenz ist. Da dampen die Leute nicht so schnell die Preise runter. Es gibt dann immer die, die einfach nur verkaufen wollen, egal zu welchem Preis. Und dann drückt es natürlich die Preise gut in den Keller. So, das ist mein Chart, mit dem ich verkaufe. Ich schneide da und VZ-Sachen. Und ihr seht, es geht auch relativ viele Splitter hier weg. 66 km war auch wieder nicht berauschend. Aber man nimmt alles an Gold mit, was man kriegen kann. Und ihr seht, hier oben insgesamt auf Equin haben wir knapp 900.000 jetzt. Also da sind wir, wie gesagt, noch nicht so lang. Und da haben wir angefangen mit 3, 400k und tun uns so langsam ein bisschen hochhamstern. Haben dieses Anfangsgold, was wir hatten, natürlich vollkommen ausgegeben. Und haben uns jetzt langsam aus dem, aus dem miese Geschäft rausgezogen und kommen ins Plus. Aber es ist halt, es ist eine mühsame Angelegenheit. Ähnlich sieht es auf Ereda tatsächlich auch aus. Wobei, ich glaube, auf Ereda habe ich es sogar noch ein bisschen weniger. Liegt aber daran, weil ich da immer mal wieder Leute hatte, die Gold tauschen wollten. Mache ich ja unter anderem auch. Also auch ein Business-Modell, das ich habe, ist quasi Gold-Tausch. Heißt, ich tausche von einem auf einen anderen Server Gold und nehme dann halt eine Gebühr. Meistens so um die 10% rum. Macht man auch ein bisschen Plus mit. Und da ich jetzt aber nicht auf extrem vielen Servern Gold habe, mache ich das nicht regelmäßig. Ich habe halt Gold auf, habe ich ein Gold auf Antonidas, Blackmoor, Ereda, Egwin und auf Lothar, Begoon. Das sind so die Server, wo ich Gold habe, wo ich tauschen kann. Und zwischen denen tausche ich halt hin und her. Ab und an meldet sich da einer, der was tauscht mit. Und ihr seht hier, das ist jetzt mein Egwin-Schar. Und hier, die Preise sind jetzt extrem viel höher. Aber ihr seht, es sind viel mehr dabei mit 2.000, 3.000, 7.000. Und wir haben hier nur 69 Items und aber trotzdem 170K. Krass, viel besser sind die Preise hier auch nicht. Aber so im Schnitt sind wir vielleicht eher bei 2K als bei 1K pro Item. Und das ist doch gar nicht schlecht. So, das nehmen wir jetzt auch alles raus. Schmiede und Lederer-Item, wie gesagt. Ich habe jetzt meistens auf den Servern das relativ gleich gemacht mit den Berufen. Das ist so ein bisschen Durchblick. Und auch hier seht ihr, wir haben hier einen Haufen Expulsum geschaffelt. Alleine der Char hat 800 Expulsum. Und ja, mit dem können wir ein paar Wochen überleben, würde ich mal sagen. Ja, also da seht ihr schon insgesamt auf dem Account bestimmt 2.000, 3.000 Expulsum insgesamt. Und da kann man dann einige Wochen wirtschaften. Und wir haben die über, quasi sind wir jetzt über eine Million gekommen. Hier eine Million 68.000. Einen Char haben wir hier aber auch sogar noch. Und zwar hier, das müsste Inji und was hat er noch? Wahrscheinlich Inschriftenkunde, ne? Müsste der haben. Das ist der letzte. Was ich jetzt im Moment immer weglasse, ist quasi die 2 Craft-Berufe lasse ich weg. Alchi und Juwe lasse ich weg. Weil mit den Berufen sich meiner Meinung nach nicht so gut Gold verdienen lässt. Man kann mit Alchi sicher über Transmutationen gut Gold verdienen. Und was man auch noch machen könnte, ist über Inschriftenkunde, über alte Glyphen quasi Gold verdienen. Das geht auch relativ gut. Da müsste man sich aber die alten Glyphen farmen und da ein bisschen Aufwand rein investieren. Ist halt die Frage, ob man das will. Bei diesen 400 Items ist halt der Vorteil, da muss man nicht sonderlich viel investieren. Da brauchst du bloß den Beruf hochhauen und dann ein paar Ehrenabzeichen, dass du halt die höheren Ränge holst. Und das war's eigentlich, ne? Das ist relativ dankbar. So, mit dem Char haben wir 86.000, bisschen Inschriftenkunde, Copendium, also die Schild, äh, nicht Schildhand, sondern die, ähm, ich glaube Schildhand kann ich auch herstellen. Aber hier die Trinkets und halt wieder ein paar Inji-Waffen. Bringt auch ein bisschen Gold rein. Dann haben wir jetzt insgesamt, was haben wir, wo stehen wir jetzt? 13.5 stehen wir schon. Und wir haben noch einen Server. Okay, was hatten wir gesagt? Wo waren wir letzte Woche? Wir waren bei 13.5. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen im Plus-Bereich. Jetzt schauen wir mal, was Eredar uns noch bringt. Ähm, das ist jetzt der letzte Server-Loter, habe ich schon abgegrast. Da verkaufen wir immer nur so ein bisschen Trash über die Zeit. Da kommt nicht viel rum bei, aber ein bisschen was zumindest. Also ich schätze jetzt mal auf Eredar, werde ich vielleicht nochmal so mit den Chars zusammen 200k rausziehen. Dann werden wir zumindest ein bisschen plus, vielleicht sogar 300k, wenn wir Glück haben. Ähm, werden wir berücksichtigen, dass ich diese Woche sehr viel geschaffelt habe. Und da natürlich auch gut Gold ausgegeben habe. Teilweise pro Server 100, 200k für, ähm, für Stoffe ausgegeben. Und damit auch die Stoffpreise extrem hochgetrieben. Das ist auch immer ein bisschen so der Faktor, wo man gucken muss. Äh, dann ist es schon in Ordnung, ne? Da ist es eigentlich schon in Ordnung, wenn man, wenn man quasi da den Preis für wieder deckt. Und über die Boost-Geschichten haben wir ja eh ein bisschen Plus gemacht, ne? Gut. Gut, wenn man natürlich außer Acht lässt, dass ich, dass ich siebeneinhalb, ähm, Millionen für, für den Run reingebuttert habe. So, was haben wir hier? Das ist jetzt mein, ah, shit, hier muss ich auch noch, hier muss ich auch noch ein bisschen was klein machen, sehe ich gerade. Ups, da haben wir anscheinend nicht alles rausgehauen. Das ist halt der andere Nachteil. Ihr seht, hier haben wir noch einen Haufen blaue Handgelenke. Da habe ich zwar geschaffelt, aber nicht die blauen entzaubert. Und das muss ich dann die Tage noch machen. Aber wir können zumindest alles rausnehmen, das schaut schon mal gut aus. So, machen wir das doch. Ach so, jetzt nimmt er natürlich jetzt die Handgelenke auch raus. Äh, das möchte ich eigentlich nicht. Aber gut, machen wir das jetzt halt einfach mal. Was haben wir denn da drin? Ah, shit, da haben wir zu viele Handgelenke. Müssen wir das anders machen. Äh, machen wir einfach hier erfolgreiche Auktionen. Lassen wir da das Gold einmal rausnehmen. Und die Handgelenke, die kann ich dann mal anders dissen. Also ich habe mir hier ein Makro gemacht, das kann ich mal zeigen. Und das spamme ich halt die ganze Zeit. Das disst dann nur diese Handgelenke. Das ist dann recht praktisch. Aber wir nehmen jetzt erstmal das Gold raus. Die Handgelenke kann ich dann mal anders dissen. Das sind halt hauptsächlich jetzt Verkäufe von, ähm, bisschen Stoffsachen. Aber, wie gesagt, Stoffgear ist auf allen Servern ein bisschen long. Und was halt das Hauptgold hier tatsächlich bringt, sind halt Splitterverkäufe. Ich habe teilweise, ähm, 1000, 2000, 10.000 von diesen Splittern, die ich im AH habe und verkaufe. Ihr seht, alleine jetzt sind schon nochmal, ähm, 5000 Splitter im Auktionshaus, was mein Adon mir anzeigt. Also die kriegst du halt in rohen Massen, weil ich so viele Handgelenke klein mache, die ich dann, ähm, nicht scrabbe, die blauen, sondern die disse ich tatsächlich, weil das noch ein bisschen mehr Gold bringt. So, 81.000 haben wir jetzt durch den noch gemacht und wahrscheinlich nochmal ein paar Zehntausende über die Splitter, die wir rausbekommen würden, wenn ich dann das alles klein mache. Aber das machen wir irgendwann anders, wenn ich, wenn ich Zeit habe, weil das dauert tatsächlich relativ lang. Wenn du mal, weiß ich nicht, 1000 Handgelenke dissen musst, das zieht sich tatsächlich, das kann ich euch sagen. Aber, wie gesagt, auch das mache ich dann immer schön auf den zweiten Account und dann geht das eigentlich. Wenn man das so ein bisschen nebenher macht, dann ist es nicht so aufwendig. So, dann müssten wir jetzt meinen Leder- und Schmiede-Char noch haben. Da ruht so ein bisschen meine Hoffnung drauf, weil das meistens eigentlich der Char ist, der am meisten Gold abwirft. Ähm, Eredar ist jetzt hier auch noch ein Server, der, ja, noch ganz gut ist. Ich werde gerade hier im Zugehörter, ne, die 400 Ringe, die 400 Item-Level-Ringe, die kann man nicht verschicken. Bei Juve kannst du die Ringe, die du herstellen kannst, die sind seelengebunden, die höheren. Die einzigen, die du, also die nicht seelengebunden sind, sind quasi die, die Item-Level, ähm, 310 haben, ne. Das ist ein bisschen schade, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Gut, okay. Dann haben wir jetzt hier nochmal 200k drin, ist ganz okay. Das haben wir 84 Items verkauft, Schnitt sind ein bisschen über 2k pro Item, ist in Ordnung. Das können wir jetzt auch noch rausnehmen. Und auch der Char hat eigentlich ganz okay Expulsum. Ähm, mit dem haben wir 269, na gut, so viel ist es eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht muss ich sogar doch nochmal ein bisschen shuffeln. Also Expulsum geht auch gut raus, ne. Also Berufe, muss ich echt sagen, ist eine solide Goldquelle, ist zwar schlechter geworden, aber ist natürlich auch zeitintensiv mit dem Expulsum, ne. Das müsst ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Aber man muss eigentlich nichts für können. Das ist halt das Schöne bei der Goldquelle, ne. Fürs Boosten sollte man halt zumindest schon so ein Minimum an Skill in dem jeweiligen Content haben. Gut, okay. Ja, dann geht auch das Ereda-Gold wieder ein bisschen hoch. Wie gesagt, ich habe hier schon ein paar Mal Gold weggehandelt. Wahrscheinlich wäre ich jetzt auf Ereda schon bei über einer Million. Aber eigentlich ist es mir sogar lieber, wenn ich das Gold dann auf Blackmoor habe. Da habe ich es nämlich rübergehandelt. Habe ich noch mehr Gold auf Blackmoor gekommen. Also wie gesagt, diese 10%, die ich dann fürs, ja, tauschen quasi nehme. Und auf Blackmoor habe ich ja einen größeren Anteil an Gold. Da sind wir jetzt bei 5, fast 6 Millionen Gold. Und ja, besser ist es immer, wenn man das Gold auf einem Server gebündelt hat. Wenn ich mir jetzt wieder irgendwas kaufen wollen würde, dann, ja, sind die Leute, die quasi dann größeren Mengen nehmen, immer lieber, haben das lieber auf einem Server als auf vielen kleinen verteilt. Gut, so, und dann haben wir den letzten Char. Was haben wir jetzt gemacht? Wir hatten vorher bei dem einen Char irgendwie um die 80k. Hier nochmal 200k. Dann sind wir fast bei 300k. Wenn wir jetzt hier auch nochmal so ein bisschen über 30k rausziehen, dann wären wir sogar insgesamt 300k im Plus. Würde ich jetzt auf jeden Fall gut finden. Haben jetzt zwar nicht den gewaltigen Plusbetrag dann über die Woche gemacht oder über die zwei Wochen, aber immerhin die Expulsumkosten gedeckt und nochmal Plus gemacht. Kann ich jetzt nicht motzen. 92k, das ist ja gar nicht schlecht. Ah, ja. Okay, hier haben wir einfach Ingi-Teile für 9k, 7k, 7k, 9k. Verkauft 8k. Und ihr müsst denken, die Dinger kosten immer gleich. Ich weiß nicht, die Häschekosten sind vielleicht 600, 700 Gold. Dann haben wir natürlich eine gute Gewinnspiele. Gut, wir haben auch einige jetzt hier für 2k nur verkauft, aber wir machen trotzdem Gewinn. Zwar nicht so viel, aber immerhin nochmal 92.000. Das kann sie sehen lassen. Und auch bei dem haben wir auch noch ganz gut Expulsum. 200 irgendwas, das ist ganz nice eigentlich. Da kann man noch ein bisschen haushalten mit. Gut, das nehmen wir noch raus. Dann können wir uns die Endsumme anschauen. Die Endsumme sagt uns 13.882.000. 13.882.000. Dann haben wir auf jeden Fall hier einiges reingeholt. Also das hatten wir letzte Woche. Das ist der Betrag, an dem wir jetzt waren, bevor wir die Postkästen aufgemacht haben. Wir haben jetzt erst 800.000 Miese gemacht durch Investitionen und haben jetzt wieder reingeholt 1,2 Millionen durch die Verkäufe und haben insgesamt 400k quasi plus gemacht, obwohl wir diese ganzen Investitionen hatten. Auf einem ersten Account haben wir knappe 3 Millionen gemacht, 3,1 sogar mit den Bußgeschichten. Heißt, haben wir insgesamt 3,5 Millionen plus gemacht. Zur letzten Woche werden wir natürlich die 7,5 Millionen außer 8 lassen, die wir ausgenommen haben. Aber die klammern wir aus. Das hat ja nichts mit unserem Goldverdien-Business zu tun quasi. Das waren ja externe Ausgaben jetzt für das Mount. Gut, aber wo sind wir jetzt overall wieder? Wir sind overall bei 15 Millionen Gold. Und ja, mal gucken, was ich damit Schönes mache. Es gibt noch das ein oder andere, was ich mir kaufen will. Und ja, das werdet ihr wahrscheinlich dann erfahren in meiner anderen Serie. Wie gesagt, ich habe eine Waste of Money, World of Warcraft Edition und da zeige ich euch mal, wo ich für mein Gold ausgebe. Gut, wir sind am Ende angelangt von der kleinen Videoserie. Schreibt mir gerne eure Anregungen, Fragen in die Kommentare. Gerne auch andere Geschichten, wo ihr mit Gold macht. Das kann ich dann gerne auch mal ausprobieren. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es ums Gold geht. Euer Tjela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.